Safi! Rum? Äh, was ist los? Safi will einen Rum. Hast du was? Da wäre ich mir nicht so sicher. Klar, hier hast du was. Tan tan, Homie. Safi mag Getränk, was macht Gaga. Na super. Jetzt fangen schon die Gnome an zu saufen. Wenn Zeit reif, Safi wird machen stärkstes Getränk von allen. Ähm, Taschendiebstahl, das bringt mir glaube ich nichts. Kannst du mir etwas über das Schnapsbrennen beibringen? Safi kann, aber kostet dich Goldmünzen. Okay. Frag, Homie. Schnapsbrennen, ja. Aha. Noch nicht. Erst will ich Kampffähigkeiten haben. Ein Gnom, der Rum säuft? Was man nicht im Kopf hat, hat man noch nicht ausgetrunken. Ähm, ich glaube, ich kann dir nicht ganz folgen. Vielleicht sollte ich für eine Zeit das Saufen an den Nagel hängen. Homie will lieber Wasser? Nein, nein. Rum ist schon okay. Was denkst du über die Magier? Magier, komisch. Kein Interesse an Gaga-Getränke. Wollen nur Glitzersteine ausbergnen. Piraten besser. Und besoffener. Magst du denn kein Gold und keine Edelsteine? Doch, doch. Aber flüssiges Gold bringt mir Freude. Rum ist für dich flüssiges Gold? Jib, jib. Hat Zauberkräfte. Homies sagen, Rum macht hässliche Menschen schön. Naja, aber nur bis du neben ihnen aufwachst. Vergiss es. Okay, kaufen brauche ich jetzt gerade auch nichts. Aber das behalte ich schon mal im Kopf, dass ich, ähm, da lernen kann, Rum und Grog wahrscheinlich herzustellen. Dann können wir uns mal eben umgucken. Drei verschiedene Händler. Safi, Rumold und Gardney. Moment mal, Rumold, ich habe doch seine Kobold besiegt. Ich müsste doch eigentlich irgendwie eine Quest abgeben können oder wie auch immer. Äh, ich nehme stark an. Da kann man genauso wieder sterben, wie ich in Risen 2 gestorben bin. Deswegen werde ich da jetzt mal nichts klauen. Komme ich jetzt wieder in die Geisterwelt oder? Ich kann sogar mal anständig schlafen. Okay. Das letzte Mal haben wir einen Mendoza getroffen. Ich will nicht... Sieh zu, dass du Land gewinnst. Okay. Sieh zu, dass du Land gewinnst. Ich will doch einfach nur... Wach doch mal auf. Jungs, ich will doch gar nichts Böses. Ich will nur mit euch reden. Muss ich jetzt warten, bis ihr... Ja, trink mal Wasser. Halte ich das? Ja, tatsächlich... Nee, tut's nicht. Doch, tut's wohl. Aha, geht doch. So, mein Freund. Deine Diebe waren Kobolde. Oh, dann habe ich die Gnome wohl zu Unrecht beschuldigt, was? Sieht ganz so aus. Ich mach's wieder gut, indem ich ihnen weniger in den Arsch trete. Na ja, mach wie du meinst. Was ist jetzt mit meiner Belohnung? Nun, dann such dir mal was aus. Ein Sack voller Gold oder eine Überraschungskiste. Uh. Gold. Herr mit dem Gold. Piratenseele, hä? Da hast du. Dankeschön. Sack voll Gold. 250. Das ist ja erbärmlich. Das kannst du doch nicht ernst meinen. So, was haben wir denn? Moment. Uhu. Okay. Ziemlich großes, also große, einfach ein ziemlich großes Gebiet. Für meinen derzeitigen Stand ist das wahrscheinlich, also ich, ähm, ja, ich werde mich erst mal um die Magier kümmern in der Hoffnung, dass sie mir was beibringen können, im Sinne von, dass ich mal Attacken habe oder Magie sprüche oder Runenzauber. Wo ist eigentlich mein Mana? Oder wird mir mein Mana erst angezeigt, wenn ich Mana verbrauche? Das ist auch noch so eine Frage, die ich habe, aber... Sieh an, ein Neuankömmling. Du willst bestimmt zum Lager der Magier. Hi, ich will zum Magierlager. Ich kann dich hinbringen. Hab eh noch ein paar Sachen dort zu erledigen. Du kannst dich natürlich auch alleine durchschlagen. Ähm... Kannst du mir etwas beibringen? Klar, aber umsonst mache ich das nicht. Nicht mal für Wächter. Von irgendwas muss ich ja auch leben. Was möchtest du... Krallen nehmen lernen. Uh, ich glaube, das lerne ich direkt. Davor, ich werde den gleichen Fehler machen wie in Gothic 3. Dürfte ich eigentlich relativ schnell wieder reinkriegen. Okay, 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 warte mal. Solange sie den Magiern Respekt erweisen und nicht zur Inquisition gehören. Aber wenn du Interesse hast, Kadett zu werden, wir können immer eine starke Hand gebrauchen. Wie wär's eher mit einem schlauen Kopf als eine starke Hand? Ich möchte eher Magier werden. Bring mich zu den Magiern. Bring mich zu den Magiern. Na, dann komm mal mit. Dann zieh mal los. Überall auf Taranis wachsen Kristalle. Magische Kristalle. Die setzen wir in die Artefakte ein und wirken damit mächtige Zaubersprüche. Wo wir gerade hier sind. Vielleicht finden wir in der Höhle noch ein paar Kristalle. Ist sie denn sicher? Ich war zwar schon mal drin, aber du weißt ja, wie das mit Viechern ist. Manchmal kommen sie wieder. Du kennst dich aus. Also, riskieren wir einen Blick? Klar. Klar durchsuchen wir die Höhle. Da höre ich doch schon die Monster. Auf geht's. Das ist keine gute Idee. Egal. Ich, ich, stopp, 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 stopp. Ich muss ganz dringend meinen Papageien hier mal auf ganz weit weglegen, bevor ich hier wieder irgendeine Scheiße mache. Wow. Ich will hier nicht an vor, dass der Front kämpfen wird. Ach, da ist auch einer. Gleich zwei für mich. Erledige die mal bitte. Okay. 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 Ich bin hier quasi komplett am sterben. Also, ich habe keine Chance. Ich habe zur Zeit absolut keine, keine Chance gegen die Viecher. Oder allgemein gegen Gegner habe ich eigentlich absolut keine Chance. Das waren jetzt gerade noch vier von denen. Ich brauche einen Dietrich. Ich brauche einen Dietrich. Okay. Ich habe keinen Dietrich. Proviante halten. Also, es ist... Ich bin zur Zeit, ich bin zur Zeit so schwach, wie man nur schwach sein kann. Quasi. Schön. Das war's. Ich bin fertig hier. Gehen wir weiter. Alles klar. Wie gesagt, ich töte sämtliches Kleinvieh einfach, damit es Erfahrungspunkte gibt. Wie gesagt, wir dringen alle zehn Ruhm, das ist geschenkter Erfahrung. Die Quicksalte mal eben, dass wir das irgendwie überlebt haben. Es gibt zwei Wege zum Lager. Der Weg oben durch die Höhle ist kürzer. Aber man sieht nicht so viel von der Insel. Der Weg unten durch das Tal ist etwas länger. Die Entscheidung überlasse ich dir. Tal. Lass uns den längeren Weg durch das Tal gehen. In Ordnung. Okay. Bleib schön an meinem Heck. An deinem Heck? Wirklich? Ja, ich klebe dir gerne am Arsch, mein Junge. Mein junger Herr Baker. Ich hoffe, du beschützt mich. Ein schöner Ausblick, was? Ich bin nicht wegen dem Ausblick hier. Na, dann komm. Aufgepasst jetzt. Dann seien, dass hier auch noch besonders fiese Viecher rumlaufen. Ich muss dringend stärker werden. Ich muss ganz, ganz dringend stärker werden. Au. Okay, wunderbar. Dankeschön. Die Pils hier kann ich nicht mitnehmen. Okay. Den Spruch kann ich tatsächlich jetzt schon nicht mehr hören. Es tut mir echt leid, dass ich hier die ganze Population einfach töte. Von irgendwelchen friedvollen Kreaturen. Eins von fünf Tarneskraut. Kann es sein, dass es irgendwie eine Quest gibt, die ich irgendwie noch nicht... War Risen das Spiel, das ich... Ähm... Wo man die Quest erledigen konnte, bevor man die Quest überhaupt hat? Ja, Respekt. Ich will eigentlich gar keine Enten töten, aber es gibt Ruhm. Habt ihr schon mal Ruhm und Ehre erhalten, dafür eine Ente zu töten? Schon sehr ehrenhaft, ne? Schon sehr rühmlich. Okay. Schluss. Ja, ich folge dir. Da ist ein Scavenger. Könntest du den... Oh. Bitte töten. Oh. Entweder ist dieses Schwert wirklich so schwach. Ich hätte mal eine kurze Frage. Kann ich... Nehmen wir dieses Festschwert. Ich möchte mal etwas wissen. Okay. Wo ist der nächste Gegner? Bleib schön an meinem Heck. Jetzt müssen wir nur noch den Weg rauf. Gut. Dann weiter. Fast vergessen. Wenn du bei den Magiern bist, schau dir unbedingt den Reaktor an. Ist ein echter Hingucker. Ein echter Hingucker, ja. Das Saheten sah gerade aus wie eine Mischung aus einem Bug aus. Das sieht aus wie ein Bug. Okay. Okay, davon kann ich keine Krallen nehmen. Hm. Egal. Folge mir! Ja, ich folg dir doch schon. Teleporter Magierfestung. Okay. Mir wurde übrigens gerade eben gesagt, angeblich gab es Teleportsteine wohl schon in Risen 1 und 2. Davon weiß ich irgendwie nichts mehr. Kommt mir bekannt vor. Kommt dir bekannt vor. Nein, schön an meinem Heck. Wir sind da. Willkommen im Lager. Sieh dich erstmal um. Ich muss noch was klären. Wir sehen uns dann. Alles klar. Zack, ihr mag Gold. Homi hat Gold? Ja, hier hast du fünf Goldmünzen. Zack, ihr will mehr Gold. Homi gehen und bringen mehr Gold. Verdien dir doch dein eigenes Gold. Nee, wenn Homi geben Gold, Zack, ihr zufrieden. Du geben Zack, ihr Gold und Zack, ihr dir was erzählen. Äh. Na, hast du Frischfleisch mitgebracht? Wie läuft's am Hafen? Da unten habe ich alles im Griff. Aber ich hörte, hier oben herrscht das totale Chaos. Bist du nur gekommen, um mir auf den Sack zu gehen? Kommt darauf an. Hast du meinen Rum? Natürlich, es ist alles da. Ausgezeichnet. Dann will ich mal wieder. Eine Heilung erhalten, okay. Du verschmutzt den ganzen Boden. Kein Problem, ich habe ganz saubere Schuhe. Ha, von wegen. Ihr Männer habt nie saubere Schuhe. Ich hab's Talbot schon so oft gesagt. Mir ist es egal, wie andere Häuser hier aussehen. Aber wenn jemand mein Haus betritt, bleiben die Schuhe draußen. Okay. Was macht Talbot so? Ein Nichtsnutz, das ist er und mehr nicht. Hängt den ganzen Tag nur draußen herum. Anstatt mir mal im Haus zu helfen. Warum hast du so ein Problem mit Dreck? Warum? Wegen dem Ungeziefer natürlich. Wir haben hier sowieso schon die Ratten im Haus. Dauernd hört man das Schaben und Kratzen hinterm Haus. Das Geräusch macht mich noch wahnsinnig. Und Talbot, der verdammte Faulpelz, meint, das wäre normal. Ähm, sie hat Schuhe an. Möchte ich nur mal... Ich könnte mal nachschauen, wenn du willst. Wenn du rausfindest, was es ist, wäre ich dir sehr dankbar. Ich werde mal schauen, ob ich nicht auch eine kleine Belohnung für dich habe. Ist auch immer das Gleiche mit den Männern. Man ruft zum Essen und sie kommen nicht. Hm, okay. Das war jetzt eine schwere Quest. Eine ziemlich schwere Quest, muss ich dazu beipflicht. Also, ja, okay. Ich habe die Quelle des Lärms beseitigt. Tatsächlich? Hm, ja. Es ist alles ruhig. Was war's? Ein Gürteltier, das hinter dem Haus gewohnt hat. Ha! Ich wusste, dass es Ungeziefer ist. Talbot wird was zu hören bekommen. Hier. Nimm das als Belohnung. 50 Gold. Ich hätte gern... Ja, genau. Ich hätte gern alles hier in Proviant verwandelt, weil ich brauche, glaube ich, noch mehr als genug Proviant. 42 Proviant. Passt schon. Ich nehme an, die darf ich nicht ausplündern. Hat keiner was gegen, oder? Schreibfeder. Ha! Grog. Grog ist immer gut. Hier haben wir wieder Zaki. Gehen jetzt irgendwo die Magier, oder wie? Na komm, ich lege es drauf an. Schade, hat nicht geklappt. Egal. Ähm, wo fange ich denn jetzt an? Irgendwann war das nicht... Egal, ich hab'n Jadestein. Worum ich damit will. Aber hey, ich hab'n Jadestein. Goldklee. Sehr schön. Hier sind ja noch mehr von euch. Hallo Kasim. Hallo Kleiner. Palulpo de Paganupsi. Ähm, ja, ja. Was auch immer. Ne? Du nix verstehen? Gut. Ich nämlich nix, Monolithstein. Alle weg. Nix mehr Kasim habe Stein. Du nix hauen, Kumpognom. Ja, ja, schon gut. Ich verstehe schon. Du hast die Steine nicht mehr. Schon klar. Jip, jip. Monolithenstein? Ich sollte dem verantwortlichen Magier von dem kleinen Kerl hier erzählen. Okay. Ein neuer Homi im Lager. Abbas kennt sie alle. Erinnert sich noch gut an die Zeit, als es hier nur Wiesen und Bäume gab. Kennst du viele Geschichten über Taranis? Jip, Homi. Wir Gnome waren vor den Magiern hier. Als die Magier kamen, boten sie uns ein Geschäft an. Sie uns Gold geben und wir arbeiten für sie. Wenn Homi Gold hat, kann Abbas Dingi verkaufen. Oder Geschichten erzählen. Oh, interessant. Aber dazu kommen wir später. Kann ich mir die Sachen klauen hier? Was soll das? Entschuldigung. Ich hätte die Sachen aber schon ganz gerne. Okay. Ähm. Moment. Wo wollen wir denn hin? Äh. Zivilisten haben hier nichts verloren. Wer hat dich hier reingelassen? Ich wusste nicht, dass ich mich anmelden muss. Ich bin hier, um mit den Magiern zu sprechen. Das ist mir völlig egal. Hier habe ich die Verantwortung. Also sprichst du erst einmal mit mir. Was will jemand wie du wirklich hier auf Taranis? Wir stehen auf derselben Seite. So, so. Und das soll ich dir glauben? Komm schon. Ich habe für den Unsinn keine Zeit. Ich will die Schatten bekämpfen und brauche dazu eure Hilfe. Hm. Du willst mit uns gegen die Schatten kämpfen, sagst du? Na schön. Dann überzeuge mich. Wieso sollte ich gerade für dich meine wertvolle Zeit verschwenden? Ich will die Schatten bekämpfen. Und wenn ich den Zustand meiner Minen habe, habe ich keine Zeit für weitere Dinge. Kann ich etwas von dir lernen? Du bist kein Wächter. Ich werde dir keine Dinge beibringen, die uns Wächtern vorbehalten sind. Aber ich denke, ein bisschen Kämpfen lehren kann ich dich trotzdem. Wenn du etwas Bestimmtes wissen möchtest, frag mich einfach. Umsonst mache ich das allerdings nicht. Gut, dass es jeder nochmal dazu sagt. Was möchtest du wissen? Ja, ne, ich möchte kein... Ich möchte Magier werden, Gott, nochmal. Wir machen einen kurzen Cut.